Eragon setzte sich erschöpft hin. Der Gewaltmarsch und die Aufregungen des Tages hatten ihn in einen sonderbaren, traumartigen Zustand versetzt. Seine Augenlider waren schwer. Saphira ließ sich neben ihm nieder. »Wir müssen vorsichtig sein. Offenbar haben wir hier genauso viele Feinde wie im Königreich.« Er nickte bloß, zu müde zum Reden. Murtag lehnte sich mit leerem Blick an die Wand und rutschte dann auf den glänzenden Fußboden herab. Er drückte den Ärmel auf die Schnittwunde an seiner Kehle, um die Blutung zu stillen. »Alles in Ordnung?« fragte Eragon. Eragon. Murtag nickte träge. »Hat er etwas aus dir herausgeholt?« »Nein.« »Wie konntest du ihn aus deinem Geist fernhalten? Er ist so stark.« »Ich wurde gut ausgebildet.« Ein bitterer Ton schwang in seiner Stimme mit. »Stille«, umfing sie. Eragons Blick wanderte zu einer der Laternen, die in den Ecken hingen. Seine Gedanken schweiften umher, bis er plötzlich sagte, »Ich habe Ihnen nicht verraten, wer du bist.« Murtag sah erleichtert aus. Er neigte den Kopf. »Danke, dass du es für dich behalten hast.« »Sie haben dich nicht erkannt?« »Nein.« »Und du behauptest immer?« »Du bist Mordshands Sohn?« »Ja«, seufzte er. Eragon wollte etwas erwidern, hielt aber inne, als er spürte, dass eine warme Flüssigkeit auf seine Hand tropfte. Er betrachtete sie und sah mit Schrecken, dass es Blut war. Es tropfte von Saphiras Flügel. »Ich habe ganz vergessen, dass du verletzt bist«, rief er und stemmte sich mühsam hoch. »Sei vorsichtig. Wenn man müde ist, unterlaufen einem leicht Fehler, ich weiß.« Saphira breitete einen ihrer Flügel auf dem Boden aus. Murtag sah zu, wie Eragon mit der Hand über die warme, blaue Membranhaut strich und »Vaise Heil« sagte, wenn er eine Wunde fand. Glücklicherweise waren die Verletzungen leicht zu schließen, selbst die an ihrer Nase. Als er fertig war, sagte Eragon schwer atmend gegen Saphira. Er spürte ihren beruhigenden Herzschlag. »Hoffentlich bringen sie uns bald etwas zu essen«, sagte Murtag. Eragon zuckte mit den Schultern. Er war zu müde, um hungrig zu sein. Er verschränkte die Arme, vermisste Zaroks Gewicht an seiner Seite. »Warum bist du hier?« »Wie bitte?« »Wenn du wirklich Mordshands Sohn bist, würde Galbatorix dich doch nicht einfach so in Alargesia herumspazieren lassen.« »Wie ist es dir gelungen, die Razak aufzuspüren? Warum hat man nie etwas davon gehört, dass einer der Abtrünnigen einen Sohn hatte? Und was tust du hier?« Am Ende schraubte sich seine Stimme fast zu einem Brüllen hoch. Murtag fuhr sich mit den Händen übers Gesicht. »Das ist eine lange Geschichte.« »Du weichst aus«, sagte Eragon. »Es ist zu spät. Zum Reden.« »Morgen haben wir dafür wahrscheinlich keine Zeit.« Murtag schlang die Arme um seine Beine und legte das Kinn auf die Knie, schaukelte vor und zurück und starrte auf den Boden. »Es ist keine«, sagte er, brach dann aber noch einmal ab. »Ich möchte nicht unterbrochen werden also. Mach es dir bequem. Meine Geschichte dauert eine Weile.« Eragon lehnte sich zurück und nickte. Saphira beobachtete die beiden aufmerksam. Murtags erster Satz kam ein wenig stockend, aber während er sprach, wurde seine Stimme kräftiger und selbstbewusster. Soweit ich weiß, bin ich das einzige Kind der dreizehn Diener oder der Abtrünnigen, wie man sie landläufig nennt. Vielleicht gibt es ja noch andere, denn die dreizehn waren Meister darin, Geheimnisse für sich zu behalten. Aber ich bezweifle es aus Gründen, die ich dir später erkläre. Meine Eltern lernten sich in einem kleinen Dorf kennen. Ich habe nie erfahren, in welchem. Als mein Vater für den König unterwegs war. Mordzahn war wohl sehr nett zu meiner Mutter. Zweifellos ein Trick, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Und als er weiterzog, begleitete sie ihn. Sie reisten eine Weile zusammen, und wie es mit diesen Dingen eben so ist, verliebte sie sich in ihn. Mordzahn freute sich, als er das merkte. Nicht nur, weil es ihm viele Gelegenheiten bot, sie zu quälen, sondern weil er erkannte, wie vorteilhaft es war, eine Dienerin zu haben, die ihn nicht betrügen würde. Als Mordzahn an Galbatoriks Hof zurückkehrte, wurde sie zu seinem willigen Werkzeug. Er ließ sie seine geheimen Botschaften überbringen und brachte ihr die Grundlagen der Magie bei, was ihr half, unentdeckt zu bleiben und gelegentlich Informationen aus Leuten herauszuholen. Er tat alles, um sie vor den anderen Abtrünnigen zu schützen. Nicht, weil er Gefühle für sie hegte, sondern weil die anderen, hätte sich ihnen die Gelegenheit geboten, sie gegen ihn verwendet hätten. Drei Jahre lang ging das so, bis meine Mutter schwanger wurde. Mordzahn machte eine Pause und wickelte sich eine Haarlocke um den Finger. Dann fuhr er in abgehacktem Ton fort. Wenn schon nichts anderes, so war mein Vater jedenfalls ein gerissener Kerl. Er wusste, dass die Schwangerschaft ihn und meine Mutter in große Gefahr brachte. Ganz zu schweigen von dem Kind. Also von mir. Daher verschwand er mit ihr eines Nachts aus dem Palast und brachte sie auf seine Burg. Sobald sie dort waren, legte er einen mächtigen Zauber über das Anwesen, sodass es außer einigen ausgesuchten Dienern niemand betreten konnte. Auf diese Art wurde die Schwangerschaft vor allen geheim gehalten. Außer vor Galberthorix. Galberthorix wusste alles über das Leben der Dreizehn. Er kannte ihre privaten Angelegenheiten, ihre Intrigen und am wichtigsten ihre Gedanken. Er sah gern mit an, wie sie einander bekämpften. Und zu seiner eigenen Belustigung half er manchmal dem einen oder anderen. Aber aus irgendeinem Grund hat er meine Existenz nie bekannt gemacht. Nach meiner Geburt wurde ich in die Obhut einer Amme gegeben, damit meine Mutter zu Mordzahn zurückkehren konnte. Ihr blieb nichts anderes übrig. Mordzahn erlaubte ihr, mich alle paar Monate zu besuchen, aber davon abgesehen hielt man uns voneinander getrennt. Auf diese Weise vergingen drei weitere Jahre. Und in dieser Zeit fügte er mir die Verletzung zu. Die Narbe auf meinem Rücken. Mordzahn brütete eine Weile vor sich hin, bevor er fortfuhr. Ich wäre auf diese Art und Weise zum Mann herangewachsen, hätte man Mordzahn nicht fortgeschickt, um Saphiras Ei zu jagen. Sobald er weg war, verschwand meine Mutter. Keiner wusste, wohin sie gegangen war oder warum. Der König versuchte, sie zu fangen, doch seine Männer fanden keine Spur von ihr. Zweifellos war Mordzahn ihr ein guter Lehrer gewesen. Als ich geboren wurde, waren nur noch fünf der 13 am Leben. Als Mordzahn fortging, hatte diese Zahl sich auf drei reduziert. Und als er in Gilead Brom gegenüber trat, war er der Letzte. Die Abtrünnigen kamen auf verschiedene Weise zu Tode. Durch Selbstmord, Hinterhalte, übermäßigen Gebrauch von Magie. Aber meist war es das Werk der Warden. Ich habe gehört, dass der König wegen der Verluste außer sich war vor Zorn. Bevor uns jedoch die Kunde von Mordzahns Tod erreichte, kehrte meine Mutter zurück. Seit ihrem Verschwinden waren viele Monate vergangen. Sie war bei schlechter Gesundheit und wurde immer kränker. Zwei Wochen darauf starb sie. Was geschah dann? fragte Iragorn. Motak zuckte mit den Schultern. Ich wuchs auf. Der König holte mich in den Palast und sorgte für meine Erziehung. Davon abgesehen, ließ er mich in Ruhe. Warum bist du nicht ausgerissen? Ein hartes Lachen brach aus Motak hervor. Geflohen wäre das passendere Wort. An meinem letzten Geburtstag, als ich 18 wurde, lud der König mich in seine Gemächer ein, zu einem privaten Abendmahl. Die Botschaft überraschte mich, weil ich mich stets vom Hof distanziert hatte und Galbatorix nur selten begegnet war. Wir hatten uns zwar einige Male unterhalten, aber stets in Hörweite lauschender Höflinge. Ich nahm die Einladung natürlich an, denn mir war klar, dass es unklug gewesen wäre, sie auszuschlagen. Die Speisen waren köstlich, aber während des gesamten Essens ruhte der Blick seiner schwarzen Augen auf mir. Es schien, als suchte er etwas, das in meinem Gesicht verborgen war. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte und versuchte es mit höflicher Konversation, aber er wollte nicht reden. Also gab ich den Versuch auf. Als wir mit dem Essen fertig waren, begann er schließlich zu sprechen. Du kennst seine Stimme nicht, daher kann ich dir schwer begreiflich machen, wie es war. Seine Worte waren hinreißend, als würde mir eine Schlange goldene Lügen ins Ohr flüstern. Noch nie hatte ich einem überzeugenderen und erschreckenderen Mann als ihm gelauscht. Er erzählte mir von seiner großen Vision, einer Fantasie des Imperiums, so wie er es sich erträumte. Überall im Lande sollten prächtige Städte gebaut werden, in denen die größten Krieger wohnten, Künstler, Musiker und Philosophen. Die Urgals waren endgültig ausgelöscht. Und sein Reich sollte sich in jede Himmelsrichtung ausdehnen, bis es die vier Ecken Allergäsias erreichte. Es würde Frieden und Wohlstand geben. Aber noch wundersamer war, dass die Drachenreiter zurückkehren und gemeinsam mit Galbatorix das Land regieren sollten. Mehrere Stunden lang hörte ich ihm wie verzaubert zu. Als er mit seinen Ausführungen fertig war, fragte ich ihn aufgeregt, wie er die Drachenreiter wieder zum Leben erwecken wollte, wo doch jeder wusste, dass es keine Dracheneier mehr gab. Da wurde Galbatorix ganz still und sah mich nachdenklich an. Er schwieg eine Weile. Aber dann streckte er plötzlich die Hand aus und fragte mich, »Wirst du, o Sohn meines Freundes, mir dienen und helfen, dieses Paradies zu erschaffen?« Obwohl ich natürlich die Hintergründe von Galbatorix' Aufstieg kannte, war der Traum, den er mir da in den leuchtendsten Farben ausgemalt hatte, zu verlockend, zu verführerisch, um ihn einfach zu ignorieren. Begeisterung für seine Mission erfüllte mich, und ich versicherte ihm bereitwillig meine Ergebenheit. Sichtlich zufrieden gab Galbatorix mir seinen Segen und entließ mich mit den Worten, »Ich lasse dich rufen, wenn es nötig wird.« Mehrere Monate vergingen, bevor es dazu kam. Als mich schließlich sein Ruf ereilte, spürte ich, wie meine alte Aufgeregtheit zurückkehrte. Wie beim ersten Mal trafen wir uns allein, aber diesmal war er nicht freundlich oder liebenswürdig. Die Warden hatten im Süden gerade drei Brigaden vernichtet, und er raste vor Wut. Er herrschte mich mit schneidender Stimme an. Ich solle mir ein Soldaten hernehmen und Kantos zerstören, wo sich die Rebellen bekanntermaßen hin und wieder versteckten. Als ich ihn fragte, was wir mit den Menschen dort machen, und wie wir herausfinden sollten, ob sie schuldig waren, brüllte er, »Es sind alles Verräter! Verbrennt sie auf dem Scheiterhaufen und begrabt ihre Asche mit Pferdedung!« Er schrie weiter herum, verfluchte seine Feinde und beschrieb, wie er im Lande jeden geißeln würde, der etwas gegen ihn im Schilde führte. Er klang so anders als bei unserem ersten Treffen. Mir wurde klar, dass er weder die Gnade noch den Weitblick besaß, um die Loyalität der Menschen zu gewinnen, und dass er mit brutaler Gewalt regierte und dabei nur seinen eigenen Begierden folgte. In dem Moment beschloss ich zu fliehen und nie mehr nach Urubaeen zurückzukehren. Sobald ich den Thronsaal verlassen hatte, bereitete ich mich und mein treues Pferd auf die Flucht vor. Wir sind noch in derselben Nacht losgeritten, aber Irgendwie sah Galberthorix meinen Ausbruch voraus, denn an den Toren erwarteten mich Soldaten. Oh, mein Schwert war blutbesudelt, als es im schwachen Laternenschein aufblitzte. Wir besiegten die Männer, aber mein Pferd kam bei dem Kampf um. Allein und tief betrübt flüchtete ich mich zu einem alten Freund, der mir auf seinem Anwesen Unterschlupf gewährte. Während ich mich bei ihm versteckte, lauschte ich den kursierenden Gerüchten, versuchte Galberthorix Absichten vorauszuahnen und meine Zukunft zu planen. In dieser Zeit hörte ich, dass die Razak losgeschickt worden waren, um jemanden zu fangen oder zu töten. Mir fielen Galberthorix Pläne mit den Drachenreitern ein, und ich beschloss, die Razak aufzuspüren und ihnen zu folgen, für den Fall, dass sie tatsächlich einen Drachen fanden. Und so bin ich dir begegnet. Das war meine Geschichte. Wir wissen noch immer nicht, ob er die Wahrheit sagt, meinte Saphira warmend. Ich weiß, sagte Eragon. Aber warum sollt ihr uns belügen? Vielleicht ist er verrückt. Alles bezweifle ich. Eragon fuhr mit den Fingern über Saphiras harte Schuppen und beobachtete, wie sich darin das Licht spiegelte. Warum schließt du dich da nicht den Waden an? Sie werden dir eine Weile misstrauen, aber nachdem du ihnen deine Loyalität bewiesen hast, werden sie dich respektieren. Und sind sie nicht in gewisser Weise deine Verbündeten? Ihr Ziel ist es, den König zu Fall zu bringen. Willst du das nicht auch? Muss ich dir denn alles doppelt und dreifach erklären? Fragte Motak. Ich möchte nicht, dass Galberthorix erfährt, wo ich bin. Und das ist unvermeidlich, wenn die Leute anfangen, herumzuerzählen, dass ich mich seinen Feinden angeschlossen habe. Das war nie meine Absicht. Diese, er hielt inne, dann sagte er abfällig, Rebellen wollen nicht nur den König stürzen, sondern das ganze Königreich zerstören. Und das will ich nicht. Es würde nur Chaos und Anarchie geben. Der König hat seine Fehler, ja, aber das System selbst ist in Ordnung. Und was den Respekt der Waden betrifft, ha, wenn ich mich zu erkennen gebe, werden sie mich wie einen Verbrecher behandeln oder wie etwas noch Schlimmeres. Nicht nur das, auch du würdest unter Verdacht stehen, weil wir zusammen unterwegs waren. Er hat recht, sagte Saphira. Eragon beachtete sie nicht. Ach, so schlimm würde es bestimmt nicht kommen, sagte er und versuchte optimistisch zu klingen. Motak schnaubte abfällig und sah weg. Ich bin sicher, sie würden, er wurde unterbrochen, als die Tür einer Handbreit geöffnet wurde und man ihn in zwei Schalen hereinschob. Es folgten ein Brotlaib und ein brockenrohes Fleisch. Dann wurde die Tür wieder geschlossen. Na endlich, grummelte Motak und ging zu den Speisen hinüber. Er warf Saphira das Fleisch zu, die es aus der Luft schnappte und in einem Stück verschlang. Dann riss er den Brotlaib in zwei, gab Eragon die eine Hälfte, klaubte seine Schale auf und zog sich in eine Ecke zurück. Sie aßen schweigend. Motak schlang seine Suppe hinunter. Ich lege mich schlafen, vergündete er, als er fertig war und stellte ohne ein weiteres Wort seine Schale auf den Boden. Gute Nacht, sagte Eragon. Er legte sich neben Saphira, die Arme unter seinem Kopf. Sie schlang ihren langen Hals um ihn wie eine Katze, die sich in ihren Schwanz einwickelt und legte den Kopf neben seinen. Einer ihrer Flügel lag wie ein blaues Zelt auf ihm und hüllte ihn in Dunkelheit. Gute Nacht, mein Kleiner. Ein leises Lächeln umspielte seine Lippen, aber er war bereits eingeschlafen. Prachtvolles Tronschheim Eragon fuhr ruckartig hoch, als ein lautes Knurren an sein Ohr drang. Saphira schlief noch, ihre Augen wanderten unter den geschlossenen Lidern umher und ihre Oberlippe zuckte, als wollte sie jeden Moment zuschnappen. Er lächelte, dann schrak er zusammen, als sie erneut knurrte. Wahrscheinlich träumt sie, sagte er sich. Er beobachtete sie eine Weile, dann kroch er vorsichtig unter ihrem Flügel hervor. Er stand auf und streckte sich. Der Raum war kühl, aber es war ihm nicht unangenehm. Motak lag mit geschlossenen Augen hinten in der Ecke auf dem Rücken. Als Eragon um Saphira herumging, regte sich Motak. Guten Morgen, sagte er leise und setzte sich auf. Wie lange bist du schon wach? fragte Eragon mit gedämpfter Stimme. Eine ganze Weile. Ich bin überrascht, dass Saphiras Schnarchen dich nicht früher geweckt hat. Ich war so müde, ich wäre selbst bei einem Gewitter nicht aufgewacht, sagte Eragon trocken. Er setzte sich zu Motak und lehnte den Kopf an die Wand. Weißt du, wie spät es ist? Nein, das lässt sich hier drin unmöglich abschätzen. War schon jemand da? Noch nicht. Sie saßen reglos und schweigend nebeneinander. Eragon empfand eine sonderbare Verbundenheit mit Motak. Ich trage Motaks Schwert, das eigentlich sein Erbe gewesen wäre, dachte er. In vielerlei Hinsicht ähneln wir uns und doch sind unsere Herkunft und unsere Ansichten völlig verschieden. Er dachte an Motaks Narbe und schauderte. Was für ein Mensch tut einem Kind bloß so etwas an? Saphira hob den Kopf und blinzelte sich den Schlaf aus den Augen. Sie schnüffelte mit hoch erhobenem Kopf. Dann gehnte sie herzhaft, die raue Zungenspitze aufgerollt. Ist etwas passiert? Eragon schüttelte den Kopf. Hoffentlich bekomme ich heute mehr zu fressen als die Kleinigkeit gestern Abend. Ich könnte eine ganze Kuhherde verspeisen. Sie bringen dir bestimmt gleich was, versicherte er ihr. Die sollen sich beeilen. Sie setzte sich an die Tür und wartete mit zuckendem Schwanz. Eragon schloss die Augen und genoss seine Schlaftrunkenheit. Er döste eine Weile vor sich hin. Dann stand er auf und lief herum. Gelangweilt nahm er eine der Laternen in Augenschein. Sie bestand aus einem tränenförmigen Glaszylinder, etwa doppelt so groß wie eine Zitrone, in dem ein sanftes blaues Licht schimmerte, das weder flimmerte noch flackerte. Vier schlanke Metallrippen umschlossen das Glas, trafen am Scheitelpunkt zusammen und bildeten dort einen Haken, ebenso an der Unterseite, wo sie zu drei anmutigen Beinen verschmolzen. Das ganze Stück war äußerst elegant. Stimmen im Gang unterbrachen Eragons Betrachtungen. Die Tür ging auf und ein Dutzend Krieger marschierten herein. Der vorderste Mann schluckte, als er Saphira sah. Dann folgten Urik und der Glatzkopf. Der erklärte, »Ah, Dschihad, der Anführer der Warden möchte euch sehen. Falls ihr etwas essen müsst, könnt ihr es auf dem Weg zu ihm tun.« Eragon und Motak standen Seite an Seite und musterten ihn misstrauisch. »Wo sind unsere Pferde? Und kann ich mein Schwert und meinen Bogen wiederhaben?« fragte Eragon. Der Glatzkopf sah ihn abfällig an. »Eure Waffen bekommt ihr zurück, wenn Arji hat es erlaubt. Vorher nicht. Und eure Pferde warten im Tunnel auf euch. Kommt jetzt!« Als er sich zum Gehen umwandte, fragte Eragon schnell, »Wie geht es Aria?« Der Mann zögerte. »Das weiß ich nicht. Die Heiler behandeln sie noch.« Er verließ den Raum, Urik an seiner Seite. Einer der Krieger deutete auf Eragon. »Du gehst zuerst.« Eragon trat hinaus, gefolgt von Saphira und Motak. Sie gingen durch den Tunnel zurück, durch den sie am Vorabend gekommen waren, und passierten wieder die merkwürdige Tierskulptur. Als sie den gewaltigen Haupttunnel erreichten, durch den sie in den Berg hineingelangt waren, erwartete sie dort der Glatzkopf mit Urik, der die Zügel von Tornak und Schneefeuer hielt. »Ihr werdet nacheinander in der Mitte des Tunnels reiten,« befahl er ihn, »falls ihr versucht zu fliehen, hält man euch auf.« Als Eragon sich anschickte, auf Saphira zu steigen, brüllte der Mann, »Nein, du reitest dein Pferd, bis ich dir etwas anderes sage.« Achselzuckend nahm Eragon Schneefeuers Zügel. Er schwang sich in den Sattel, dirigierte Schneefeuer vor Saphira und sagte ihr, »Bleib dicht hinter mir, falls ich deine Hilfe brauche.« »Natürlich,« sagte sie. Hinter Saphira stieg Murtag auf Tornak. Der Glatzkopf inspizierte die kleine Aufstellung. Dann gestikulierte er zu den Kriegern, die sich sogleich in zwei Gruppen aufteilten und sie umstellten, wobei sie einen gebührenden Abstand zu Saphira hielten. Urik und der Glatzkopf bildeten die Spitze der Prozession. Nachdem er sie mit einem letzten prüfenden Blick bedacht hatte, klatschte der Glatzkopf zweimal in die Hände und marschierte los. Eragon stieß Schneefeuer sanft in die Flanken. Der ganze Trupp machte sich auf den Weg ins Herz des Berges. Das Hufgetrappel hallte als mannigfaltiges Echo in den Gewölben wieder, um ein Vielfaches verstärkt vom nackten Fels. Hin und wieder sahen sie Türen und Tore in den glatten Wänden, aber sie waren stets geschlossen. Eragon war überwältigt von der Größe des Tunnels, der mit unglaublicher Geschicklichkeit ins Bergmassiv getrieben worden war. Wände, Boden und Decke waren von vollendeter Form. Alle Winkel waren präzise gearbeitet und, soweit er es erkennen konnte, wich der Tunnel keinen Zoll von seinem Kurs ab. Während sie tiefer und tiefer in den Berg hinein gelangten, wuchs Eragons Unruhe über das bevorstehende Treffen mit Arjihad. Für die Menschen im Königreich war der Anführer der Warden nur eine schattenhafte Gestalt. Seit er sich vor fast zwanzig Jahren an die Spitze der Warden gestellt hatte, führte er einen erbitterten Krieg gegen König Galbatorix. Niemand wusste, woher er kam oder wie er aussah. Es hieß, er sei ein meisterhafter Stratege und ein gnadenloser Kämpfer. Angesichts eines solchen Rufs fragte sich Eragon ängstlich, wie er sie wohl aufnehmen würde. Das Bewusstsein, das Brum Adjihad vertraut hatte, dämpfte allerdings seine Beklommenheit. Das Wiedersehen mit Orik warf neue Fragen in ihm auf. Offensichtlich war der Tunnel das Werk von Zwergen. Niemand sonst konnte Stein so meisterhaft bearbeiten. Aber gehörten die Zwerge zu den Warden oder boten sie ihnen nur Unterschlupf? Und wer war der König, den Orik erwähnt hatte? War es Adjihad? Eragon wusste jetzt, dass sich die Warden ihrer Entdeckung entzogen, indem sie sich im Innern der Berge versteckten. Aber was war mit den Elfen? Wo waren sie? Der Glatzkopf führte sie bereits seit mehr als einer Stunde durch den Tunnel, ohne ein Wort zu sagen oder sich umzudrehen. Wir haben bestimmt schon drei Meilen hinter uns gebracht, wurde Eragon klar. Vielleicht führen sie uns ja durch den ganzen Berg hindurch. Schließlich wurde vor ihnen ein schwacher weißer Schimmer erkennbar. Er kniff die Augen zusammen, um die Lichtquelle zu sehen, aber sie waren noch zu weit entfernt, um Einzelheiten ausmachen zu können. Das Schimmern wurde heller, je näher sie ihm kamen. Jetzt konnte er entlang der Wände dicke, mit Rubinen und Amethysten besetzte Marmorsäulen erkennen. Aber Dutzende von Laternen hingen zwischen den Säulen und verströmten ein flüssig schillerndes Licht. Goldene Filigranmuster glänzten in den Säulen, Sockeln wie geschmolzener Zwirn. Von der Decke schauten aus dem Fels gemeißelte Rabenköpfe herab, die Schnäbel aufgerissen, als würden sie kreischen. Am Ende des hallenartigen Tunnelstücks befanden sich zwei kolossale schwarze Torflügel, auf denen eine siebenzackige, silberne Krone prangte, die sich über beide Flügel erstreckte. Der Glatzkopf blieb stehen und hob die Hand. Er wandte sich zu Eragon um. Ab hier reitest du auf deinem Drachen. Versuch aber nicht davon zu fliegen. Die Menschen werden auf dich blicken. Also vergegenwärtige dir, wer und was du bist. Eragon stieg von Schneefeuer ab und kletterte auf Saphiras Rücken. Ich glaube, sie wollen mit uns angeben, sagte sie, während er sich in den Sattel setzte. Das werden wir ja sehen. Ach, ich wünschte, ich hätte Zahra bei mir, entgegnete er und zurrte die Schlaufen um seine Beine fest. Vielleicht ist es besser, dass du nicht Mordzahns Schwert trägst, wenn die Warn dich zum ersten Mal sehen. Da könntest du recht haben. Ich bin bereit, sagte Eragon und straffte die Schultern. Gut, sagte der Kahlkopf. Er und Oryk traten von Saphira zurück und stellten sich so weit hinter sie, dass sie eindeutig an der Spitze stand. Jetzt reitet zu den Toren und wenn sie sich öffnen, folge dem Weg. Aber langsam. Bist du bereit? fragte Eragon. Natürlich. Saphira trottete gemächlich auf die Tore zu. Ihre Schuppen glitzerten im Licht und warfen schillernde Farbflecken auf die Säulen. Eragon atmete tief durch, um sich zu beruhigen. Die Tore schwangen ohne Vorwarnung in unsichtbaren Angeln nach außen auf. Als der Spalt zwischen ihnen breiter wurde, fluteten Sonnenstrahlen in den Tunnel und fielen Saphira und Eragon ins Gesicht. Geblendet kniff Eragon die Augen zusammen. Als sie sich an das Licht gewöhnt hatten, stockte ihm der Atem. Sie befanden sich in einem gewaltigen Vulkankrater, dessen Innenwände sich zu einer kleinen, zerklüfteten Öffnung verengten, die in so großer Höhe lag, dass Eragon die Entfernung kaum abschätzen konnte. Es mochten gut und gerne mehr als ein Dutzend Meilen sein. Ein heller Lichtstrahl fiel durch die Öffnung und beleuchtete das Zentrum des Vulkans, ließ den Rest der höhlenartigen Weite jedoch in gedämpftem Zwielicht. Die gegenüberliegende Kraterseite, die sich blau in der Ferne, schien etwa zehn Meilen entfernt zu sein. Gigantische Eiszapfen, hunderte Fuß dick und tausende Fuß lang, hingen meilenweit über ihnen wie glitzernde Dolche. Eragon wusste von seinem Erlebnis im Tal her, dass niemand, selbst Saphira nicht, diese luftigen Höhen erreichen konnte. Weiter unten, an den Kraterwänden, bedeckten Flechten und dunklen Moosflächen den Fels. Er senkte wieder den Blick und sah, dass ein breiter, gepflasterter Weg von der Torschwelle fortführte, und zwar mitten ins Zentrum des Kraters, wo er am Fuße eines schneeweißen Berges endete, der in tausend Farben glitzerte wie ein ungeschliffener Edelstein. Er war gerade ein Zehntel so hoch wie der Krater selbst, der über ihm aufragte, aber der Eindruck seiner Winzigkeit täuschte, denn er reckte sich mehr als eine Meile in den Kraterhimmel empor. Lang wie er war, hatte der Tunnel sie dennoch nur durch eine Seite des Vulkans hindurchgeführt. Während Eragon mit weit aufgerissenen Augen umherblickte, hörte er Urik mit tiefer Stimme sagen, »Schau es dir gut an, Mensch, denn seit mehr als hundert Jahren hat dies kein Drachenreiter mehr gesehen. Der luftige Gipfel, unter dem wir stehen, ist der Fartendur, vor vielen tausend Jahren von Korgan, dem Stammvater unseres Volkes, entdeckt, als er nach Gold grub. Und in der Mitte steht unsere größte Errungenschaft, »Tronschheim, der aus purem Marmor erbaute Stadtberg.« Die Tore kamen zum Stehen. »Eine Stadt«, dachte Eragon. Dann sah er die Menschen. Er war so in den Anblick seiner Umgebung vertieft gewesen, dass er die Menschenmenge gar nicht bemerkt hatte, die sich am Tunneleingang zusammendrängte. Sie hatten sich zu beiden Seiten des Weges aufgestellt, Zwerge und Menschen dicht an dicht wie die Bäume im Wald. Es waren Hunderte, vielleicht sogar Tausende, und jeder Blick war auf ihn gerichtet, jedes Gesicht ihm zugewandt. Und alle waren sie mucksmäuschenstill. Eragon umklammerte einen von Saphiras Halzzacken. Er sah Kinder in schmutzigen Kitteln, raue Männer mit vernarbten Handknöcheln, Frauen in selbstgewebten Kleidern und stämmige, wettergegerbte Zwerge, die an ihren Bärten zupften. Alle hatten sie denselben angespannten Gesichtsausdruck, wie ein verwundetes Tier, das in der Falle sitzt. Eragon brach der Schweiß aus, aber er wagte es nicht, sich übers Gesicht zu wischen. »Was soll ich denn jetzt tun?« fragte er verzweifelt. »Lächle, wink ihnen zu, mach irgendwas«, antwortete Saphira scharf. Eragon versuchte, sich ein Lächeln abzuringen, aber seine Lippen zuckten nur. Er nahm all seinen Mut zusammen, hob die Hand und winkte zaghaft. Als nichts geschah, stieg ihm die Schamesröte ins Gesicht. Er ließ die Hand wieder sinken und schaute betreten zu Boden. Da zerriss ein einzelner Freudenschrei die Stille. Jemand klatschte. Die Menschenmenge zögerte noch einen Moment lang, dann brach sie in tosenden Jubel aus und ein uhrenbetäubender Lärm brandete über Eragon hinweg. »Sehr gut«, sagte der Glatzkopf hinter ihm. »Und jetzt geht los!« Erleichtert richtete sich Eragon wieder auf und fragte Saphira neckisch. »Sollen wir?« Sie hob den Kopf und setzte sich in Bewegung. Als sie an den ersten Menschen vorbeizogen, schaute sie nach links und rechts und stieß ein paar Rauchwölkchen aus. Die Menge verstummte und wich erschrocken zurück. Dann erhob sich erneut lautstarker Jubel und jetzt war die Begeisterung noch größer. »Angeberin«, meinte Eragon tadelnd. Saphira wedelte vergnügt mit dem Schwanz und beachtete ihn gar nicht. Er starrte neugierig auf die dicht gedrängt dastehenden Leute, an denen sie vorbeizogen. Die Zwerge waren deutlich in der Überzahl und nicht wenige von ihnen funkelten sie argwöhnisch an. Einige wandten sich sogar ab und stapften mit versteinerten Minen davon. Die Menschen waren ein zähes, von vielen Entbehrungen gezeichnetes Volk. Die Männer trugen allesamt Dolche oder Messer an den Gürteln. Einige waren gab es an die Zähne bewaffnet, als wollten sie in den Krieg ziehen. Die Frauen hielten die Häupter stolz erhoben, schienen aber eine tiefliegende, anhaltende Erschöpfung zu verbergen. Die wenigen Kinder und Kleinkinder starrten Eragon aus großen Augen an. Er spürte, dass diese Menschen eine Menge durchgemacht hatten und dass sie alles Nötige tun würden, um sich zu verteidigen. Die Warden hatten das perfekte Versteck gefunden. Die Kraterwände des Fadendur waren zu hoch, als dass ein Drache hätte darüber hinwegfliegen können und keine Streitmacht der Welt konnte den Eingang durchbrechen, selbst wenn es ihnen gelänge, die im Fels verborgenen Tore zu finden. Die Leute strömten hinter der kleinen Prozession zusammen und folgten ihnen. Allmählich wurden sie leiser, doch sie starrten Eragon weiterhin neugierig an. Er schaute hinter sich und sah Motak, der ihm steif und mit bleichem Gesicht folgte. Sie näherten sich dem Stadtberg und Eragon erkannte, dass der Marmor glänzend poliert war und fließende Konturen hatte, als hätte man ihn dort hingegossen. Er war gesprengelt mit zahllosen runden Fenstern, die von kunstvoll in den Fels gemeißelten Rahmen umschlossen wurden. In jedem Fenster hing eine farbige Laterne und warf ein weiches Licht auf den umliegenden Marmor. Türme oder Schornsteine waren nirgends zu sehen. Unmittelbar vor ihnen befand sich, etwa zwanzig Schritt tief in das Fundament zurückgesetzt, ein von zwei goldenen Greifen bewachtes, massives Holzportal, flankiert von dicken Stützpfeilern, die hoch oben eine gewölbte Kuppel trugen. Als sie den Eingang nach Tronschheim erreichten, blieb Saphira stehen, um abzuwarten, ob der Glatzkopf neue Anweisungen hatte. Als keine kamen, gingen sie weiter auf das Portal zu. Kanellierte Säulen aus blutrotem Jaspis säumten die Felswände. Zwischen den Säulen standen hünenhafte Statuen absonderlicher Kreaturen, auf ewig eingefangen vom Meißel des Bildhauers. Das schwere Tor öffnete sich ächzend, als verborgene Ketten die gewaltigen Holzbalken in die Höhe zogen. Dahinter führte eine vier Stockwerke hohe Halle geradewegs ins Zentrum von Tronschheim. In den Obergeschossen lagen zahllose Torbögen, hinter denen graue Tunnel erkennbar waren, die in den Tiefen des Berges verschwanden. Menschentrauben hatten sich dort gebildet und alle blickten neugierig zu Eragon und Saphira herab. Im Erdgeschoss hingegen versperrten schwere Türen den Zugang in die verschiedenen Tunnelgänge. Zwischen den Stockwerken hingen riesige, kunstvoll geknüpfte Wandteppiche, mit Darstellungen heldenhafter Figuren und turbulenter Schlacht Szenen. Lauter Jubel schlug ihnen entgegen, als Saphira den Stadtberg betrat und durch die Halle marschierte. Eragon hob die Hand, was der Menge einen neuerlichen Jubelschrei entlockte, wenngleich auch hier die meisten Zwerge sich dem überschwänglichen Willkommensgruß nicht anschlossen. Die etwa eine Meile lange Halle endete an einem hohen, von schwarzen Onyx-Säulen flankierten Torbogen. Gelbe Zirkonaufsätze, dreimal so groß wie ein Mensch, saßen auf den Säulen und warfen goldene Lichtstrahlen in die Halle hinab. Saphira trat durch den Bogen, dann blieb sie stehen und reckte den Hals in die Höhe. Ein tiefes Summen drang aus ihrer Kehle. Sie befanden sich in einem kreisrunden Saal, etwa tausend Fuß im Durchmesser, der bis zum Gipfel von Trondschheim hinaufreichte und sich mit zunehmender Höhe verjüngte. Ringsum in den Wänden stiegen Reihen von Torbögen auf, eine Reihe für jede der zahllosen Ebenen des Stadtberges und der Boden bestand aus poliertem Karneol, in welchen das Symbol eines von zwölf Sternen umschlossenen Hammers eingemeißelt war, so wie auf Oryx Helm. Der Saal, die zentrale Kammer des Stadtberges, war der Ausgangspunkt von vier gewaltigen Hallen, einschließlich der, aus der sie gerade herausgekommen waren, die Trondschheim in vier Viertel aufteilten. Die Hallen waren identisch, außer der, die Iragon gegenüber lag. In dieser erhoben sich rechts und links gewaltige Marmorsäulen, zwischen denen je eine nach innen einschwenkende Treppe in die Tiefe hinabführte. Eine gute Meile über ihnen hing in der Mitte der Saaldecke ein riesengroßer Sternsaphir von ungewöhnlich strahlender rosaroter Farbe, der wie die Morgenröte schimmerte. Das Juwel maßgewiss zwanzig Schritt im Durchmesser und war fast ebenso dick. Seine Unterseite war so geschnitten, dass sie aussah wie eine Rosenblüte und die Arbeit war so kunstfertig ausgeführt, dass sie beinahe echt aussah. Ein breiter Lichterring umgab den Sternsaphir und warf einen rötlichen Schimmer auf alles, was darunter lag. Das Funkeln des Juwels erweckte den Eindruck, als zwinkerte ihnen von oben ein gigantisches Auge zu. Eragon konnte nur voller Verwunderung um sich blicken. Nichts hatte ihn auf etwas derartiges vorbereitet. Es schien unmöglich, dass Tronschheim von sterblichen Wesen erbaut worden war. Der Stadtberg stellte alles in den Schatten, was er jemals im Königreich gesehen hatte. Er bezweifelte, dass selbst Uro Bahrain sich mit der hier offenbarten Pracht und Erhabenheit messen konnte. Tronschheim war ein überwältigendes Monument der Kraft und Beharrlichkeit der Zwerge. Der Glatzkopf überholte Saphira und sagte »Von hier ab musst du zu Fuß gehen!« Während er sprach, kamen vereinzelte Buhrufe aus der Menge. Ein Zwerg brachte Tornack und Schneefeuer fort. Eragon stieg von Saphira ab, blieb aber an ihrer Seite, als der Mann sie über den Karniolboden in den Gang zu ihrer Rechten führte. Sie gingen eine Weile, dann bogen sie in einen kleineren Gang ein. Trotz der Enge wichen die Wachen ihnen nicht von der Seite. Nach vier scharfen Biegungen kamen sie an eine massive vom Alter geschwärzte Zedernholztür. Der Glatzkopf öffnete sie und führte die drei hinein, während Ajihad Iragon betrat eine elegante zweistöckige Bibliothek, deren Wände mit Bücherregalen aus Zedernholz verkleidet waren. Eine schmiedeeiserne Wendeltreppe wandte sich zu einem kleinen Alkoven mit zwei Stühlen und einem Lesetisch empor. An Wänden und Decke hingen Laternen, die weißes Licht verströmten, sodass man überall im Raum lesen konnte. Den Steinfußboden zierte ein prachtvoller ovaler Teppich. Auf der gegenüberliegenden Seite stand ein Mann hinter einem großen Schreibtisch aus Walnussholz. Seine dunkle Haut glänzte wie geöltes Ebenholz. Sein Schädel war völlig unbehaart, doch er hatte einen gepflegten Oberlippen und Kinnbart. Seine markanten Züge verliehen ihm etwas Kriegerisches, doch unter seinen buschigen Augenbrauen blickten ernste, intelligente Augen hervor. Seine Schultern waren breit und kräftig, betont von einer v-förmig geschnittenen, mit Goldfäden bestickten roten Weste über einem purpurfarbenen »Bitte nehmt Platz.« Eragon setzte sich neben Motak auf einen Stuhl, während Saphira sich schützend hinter ihnen niederließ. Adjihad hob die Hand und schnippte mit den Fingern. Ein Mann trat hinter der Wendeltreppe hervor. Er sah genauso aus wie der Kahlkopf neben ihm. Eragon starrte die beiden überrascht an und Motak erschrak. Eure Verwirrung ist verständlich. Sie sind Zwillingsbrüder, sagte Adjihad lächelnd. Ich würde euch ihren Namen verraten, aber sie haben keine. Saphira fauchte verächtlich. Adjihad sah sie einen Moment lang an, dann setzte er sich in einen hochlänigen Stuhl hinter seinem Schreibtisch. Die Zwillinge bezogen unter der Treppe Posten und standen reglos nebeneinander. Adjihad presste die Finger gegeneinander, während er Eragon und Motak musterte. Sein forschender Blick bohrte sich in ihre Gesichter. Eragon rutschte unbehaglich auf seinem Platz hin und her. Nach einer Weile, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, ließ Adjihad die Hände wieder sinken und gab den Zwillingen erneut ein Zeichen. Einer der beiden eilte zu ihm. Adjihad flüsterte ihm etwas ins Ohr. Plötzlich erbleichte der Mann und schüttelte heftig den Kopf. Adjihad runzelte die Stirn, dann nickte er, als hätte sich soeben etwas bestätigt. Er sah Murtag an. Deine Weigerung, dir in den Geist schauen zu lassen, bringt mich in eine schwierige Lage. Dir wurde nur erlaubt, Fahrten dur zu betreten, weil die Zwillinge mir versichern, dass sie dich unter Kontrolle haben und weil du Eragon und Aria geholfen hast. Mir ist klar, dass es Dinge gibt, die du lieber für dich behalten möchtest, aber solange du das tust, können wir dir nicht trauen. Ihr würdet mir ohnehin nicht trauen, sagte Murtag trotzig. Bei diesen Worten verdüsterte sich Adjihats Miene und seine Augen blitzten gefährlich. Es ist zwar 23 Jahre her, seit ich sie zum letzten Mal gehört habe, aber ich kenne diese Stimme. Die Zwillinge blickten beunruhigt rein und steckten aufgeregt flüstern die Köpfe zusammen. Sie kam aus dem Mund eines anderen Mannes, der mehr Tier als Mensch war. Steh auf! Misstrauisch folgte Murtag der Aufforderung, während sein Blick zwischen den Zwillingen und ihrem Herrn hin und her schoss. Zieh dein Wams aus, befahl Adjihad als nächstes. Achselzuckend gehorchte Murtag. Jetzt dreh dich um! Als er ihm den Rücken zuwandte, fiel das Licht auf die schreckliche Narbe. Murtag, stieß Adjihad hervor. Urik entfuhr ein überraschter Grunzer. Ohne Vorwarnung fuhr Adjihad zu den Zwillingen herum und herrschte sie an. Habt ihr das gewusst? Die beiden zogen die Köpfe ein. Wir fanden seinen Namen in Eragons Geist, hätten aber nie gedacht, dass dieses Bürschchen der Sohn eines so mächtigen Mannes wie Murtag sein könnte. Das war und das habt ihr mir nicht erzählt, sagte Adjihad. Mit einer Handbewegung wirkte er ihre Erklärungsversuche ab. Darüber reden wir später. Er wandte sich wieder Murtag zu. Zuerst muss ich dieses durcheinander ordnen. Weigerst du dich noch immer dich prüfen zu lassen? Ja, sagte Murtag bestimmt und zog sich wieder an. Ich lasse niemanden in meinen Geist eindringen. Adjihad stützte sich auf die Platte seines Schreibtisches. Es wird unangenehme Folgen haben, wenn du weiterhin dickköpfig bleibst. Solange mir die Zwillinge nicht bestätigen, dass du keine Bedrohung darstellst, können wir dir keinen Glauben schenken, trotz oder gerade wegen der Hilfe, die du Eragon hast angedeihen lassen. Ohne diese Gewissheit werden dich die Leute, Menschen wie Zwerge in Stücke reißen, wenn sie von deiner Anwesenheit erfahren. Ich müsste dich einsperren, zu deinem eigenen Schutz und zu unserem. Und es wird noch schlimmer, wenn Chotgar, der Zwergenkönig verlangt, dich in ihre Obhut zu überführen. Bring dich nicht in eine solche Situation, wenn du es mühelos vermeiden kannst. Motak schüttelte eigensinnig den Kopf. Nein, selbst wenn ich einwillige, würde man mich doch wie einen Aussätzigen behandeln. Alles, was ich will, ist verschwinden. Wenn ihr mich in Frieden gehen lasst, werde ich dem Imperium niemals etwas von eurem Versteck verraten. Und was passiert, wenn man dich gefangen nimmt und zu Galbatorix bringt, wandte Arjihad ein. Er wird deinem Geist jedes Geheimnis entlocken, ganz gleich, wie stark du bist. Selbst wenn du ihm standhalten könntest, woher sollen wir wissen, dass du dich nicht doch irgendwann einmal auf seine Seite schlägst? Wollt ihr mich ewig gefangen halten? fragte Motak und richtete sich kerzen gerade auf. Nein, sagte Arjihad, nur so lange, bis du es zulässt, dass wir deinen Geist prüfen. Wenn du für vertrauenswürdig befunden wirst, entfernen die Zwillinge die Erinnerung an die Lage von Fahrt in Dur aus deinem Geist, bevor du uns verlässt. Wir riskieren nie, dass jemand mit diesem Wissen Galbatorix in die Hände fällt. Was soll geschehen, Motak? Entscheide dich schnell, sonst treffen wir die Entscheidung für dich. Jetzt gib schon nach, flehte Eragon, der um die Sicherheit des Freundes bangte lautlos. Die Sache ist den Ärger nicht wert. Schließlich verkündete Motak in bedächtigen und bestimmten Worten seine Entscheidung. Mein Geist ist die einzige Zuflucht, die mir nie jemand rauben konnte. Ein paar Mal schon haben Leute versucht, in ihn einzudringen, aber ich habe gelernt, ihn wegen, denn nur in meinen innersten Gedanken finde ich wahre Sicherheit. Ihr habt mich gerade um das eine gebeten, das ich nicht hergeben kann. Schon gar nicht gegenüber den beiden da. Er deutete auf die Zwillinge. Macht mit mir, was ihr wollt, aber wisst, ich werde eher sterben, als jemanden in meinem Geist eindringen zu lassen. Bewunderung schimmerte in Arjihats Augen. Deine Entscheidung überrascht mich nicht, obwohl ich das Gegenteil gehofft hatte. Wache! Die Zedernholztür flog auf und die Soldaten stürmten mit gezückten Waffen herein. Arjihats deutete deutete auf Motak und befahl, sperrt ihn in den fensterlosen Raum, stellt sechs Männer am Eingang auf und lasst niemanden herein, bis ich bei ihm war und sprecht nicht mit ihm. Die Krieger umstellten Motak und musterten ihn argwöhnisch. Als sie die Bibliothek verließen, rief Eragon ihm nach, es tut mir leid, doch Motak zuckte nur mit den Schultern und starrte stur gerade aus. Er verschwand mit den Männern im Gang, der Klang ihrer Schritte entfernte sich allmählich. Plötzlich sagte Adjihad, ich will, alle außer Eragon und Safira den Raum verlassen. Auf der Stelle. Die Zwillinge verneigten sich und verschwanden, aber Urik sagte, der König wird über Motak Bescheid wissen wollen und dann wäre dann noch die Sache mit meinem Ungehorsam. Adjihad zog die Stirn kraus, dann machte er eine wegwerfende Handbewegung. Ich sage es Rodger persönlich und was dein Verhalten betrifft, warte draußen, bis ich nach dir schicke und sag den Zwillingen, sie sollen hier bleiben. Mit ihnen bin ich auch noch nicht fertig. Wie ihr wünscht, sagte Urik mit einer leichten Verbeugung. Dann zog er die Tür mit einem leisen Knall hinter sich zu. Nach längerer Stille setzte sich Adjihad mit einem müden Seufzer hin. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und starrte an die Decke. Iragorn wartete ungeduldig darauf, dass er etwas sagen würde. Als nichts geschah, platzte ihr heraus. Geht es Aria wieder gut? Adjihad schaute auf ihn herab und sagte ernst, nein, aber die Heiler haben mir gesagt, dass sie genesen wird. Sie haben sie die ganze Nacht über behandelt. Das Gift hat ihr furchtbar zugesetzt. Ohne dich hätte sie nicht überlebt. Dafür sind ihr die Warden zutiefst dankbar. Erleichtert ließ Iragorn die Schultern fallen. Zum ersten Mal hatte er das Gefühl, dass ihre Flucht aus Gilead und die anschließende Hetzjagd sich gelohnt hatten. Gut, und was jetzt? fragte er. Du musst mir erzählen, wie du Saphira gefunden hast und was sich seitdem ereignet hat, sagte der Warde und legte die Fingerspitzen aneinander. Einiges weiß ich aus der Botschaft, die Brom uns zukommen ließ, anderes von den Zwillingen, aber ich möchte es von dir hören, besonders die Einzelheiten über Broms Tod. Eragon scheute sich davor, diese Dinge einem Fremden zu erzählen, aber Arjihad war geduldig. Jetzt fang schon an, drängte ihn Saphira sanft. Eragon rutschte verlegen herum, dann begann er mit seiner Geschichte. Am Anfang wollten ihm die Worte nur stockend über die Lippen kommen, aber mit der Zeit fiel es ihm immer leichter. Saphira half seinem Erinnerungsvermögen mit gelegentlichen Zwischenbemerkungen auf die Sprünge. Der Warde hörte ihm die ganze Zeit aufmerksam zu. Eragon redete stundenlang und machte häufig Pausen zwischen den Sätzen. Er berichtete aber Angelas Prophezeiung für sich und auch wie er und Brom die Razak entdeckt hatten. Er erzählte sogar von seinen Träumen, in denen er Aria gesehen hatte. Als er von seiner Gefangenschaft in Gilead sprach und den Schatten erwähnte, verhärteten sich die Gesichtszüge des Warden und er lehnte sich mit trübem Blick zurück. Als er mit seinem Bericht fertig war, verfiel Iragorn in brütendes Schweigen. Archi hat stand auf, verschränkte die Hände auf dem Rücken und betrachtete abwesend die Bücher in einem der Wandregale. Nach einer Weile kehrte er an den Schreibtisch zurück. Broms Tod ist ein schrecklicher Verlust. Er war ein enger Freund von mir und ein mächtiger Verbündeter der Warden. Mit seiner Tapferkeit und Weisheit hat er uns viele Male vor dem Untergang bewahrt. Und noch jetzt, nach seinem Tode, hat er uns ein Vermächtnis geschickt, das unser Überleben sichern kann. Dich. Aber was kann ich denn schon für euch tun? fragte Iragorn. Das werde ich dir noch genau erklären, sagte Archiad. Aber es gibt dringendere Angelegenheiten, über die wir zuerst sprechen müssen. Die Nachricht vom Bündnis der Urgals mit dem Imperium ist äußerst besorgniserregend. Sollte Galbatorix tatsächlich eine Urgal Streitmacht zu Hilfe nehmen, um uns zu vernichten, steht das Überleben der Warden auf Messerschneide, auch wenn viele von uns hier in Fahrtendur in Sicherheit sind. Dass ein Drachenreiter, selbst ein so bösartiger wie Galbatorix einen Pakt mit diesen Ungeheuern überhaupt in Betracht sieht, beweist in der Tat, dass er wahnsinnig ist. Mich schaudert Gegenleistung für ihre wankelmütige Loyalität versprochen hat. Und dann ist da ja auch noch der Schatten. Kannst du ihn mir beschreiben? Eragon nickte. Er war groß, hager und sehr blass, hatte gelbliche Augen und purpurrotes Haar, und er war ganz in Schwarz gekleidet. Wie sah sein Schwert aus? Hast du's gesehen? fragte Adjihad mit Nachdruck. War auf der Klinge eine lange Schramme. Ja, sagte Iragon überrascht. Woher weißt du das? Weil ich sie verursacht habe, bei dem Versuch ihm das Herz heraus zu schneiden, sagte Adjihad mit grimmigem Lächeln. Er heißt Dursa und ist einer der teuflischsten und listigsten Dämonen, von denen dieses Land je heimgesucht wurde. Er ist der perfekte Handlanger für Galbatorix und für uns ein gefährlicher Gegner. Du sagst, ihr habt ihn getötet. Wie ging das vor sich? Iragon erinnerte sich nur zu gut. Mortak hat zweimal auf ihn geschossen. Der erste Pfeil traf ihn in die Schulter, der zweite zwischen die Augen. Das habe ich befürchtet, sagte Adjihad stirnrunzelnd. Ihr habt ihn nicht getötet. Einen Schatten kann man nur mit einem Schwert stoß mitten ins Herz vernichten. Alles andere bewirkt bloß, dass er später an einem anderen Ort wieder aufzutauchen. Es ist ein schmerzhafter Prozess, aber Dursa wird überleben und stärker denn je zurückkehren. Eine düstere, unheilverkündende Stille, wie die Ruhe vor dem Sturm, breitete sich in dem Raum aus. Nach einer Weile sagte Adjihad, du bist ein Rätsel, Eragon, ein Geheimnis, dem niemand auf die Spur kommt. Jeder weiß, was die Warden wollen oder die Urgals oder selbst Galbatorix, aber was du vorhast, weiß niemand. Und das macht dich so gefährlich, besonders für Galbatorix. Er fürchtet dich, weil er keine Ahnung hat, was du als nächstes tun wirst. Fürchten die Warden mich auch? fragte Iragon leise. Nein, sagte Adjihad bedächtig, wir hoffen auf dich. Aber sollte sich diese Hoffnung als trügerisch erweisen, dann werden auch wir schließlich Angst vor dir haben. Ja, Iragon schlug betreten die Augen nieder. Du musst begreifen, in welch außergewöhnlicher Lage du dich befindest. Es gibt Gruppen, die würden dich gern für ihre Interessen vereinnahmen, und zwar nur für ihre eigenen. In dem Moment, als du nach Fartendur kamst, begannen ihr Einfluss »Gehörst du auch zu einer solchen Gruppe?« fragte Iragon. Adjihad lachte, aber seine Augen blieben ernst. »Natürlich. Es gibt einige Dinge, die du wissen solltest. Das erste ist, wie Saphiras Ei in den Buckel gelangte. Hat Brom dir je erzählt, was damit geschah, nachdem er es hierher gebracht hatte? »Nein«, sagte Iragon und schaute über die Schulter zu Saphira. Sie zwinkerte ihm zu und streckte ihm die Zunge heraus. Adjihad trommelte auf der Tischplatte, bevor er weitersprach. Als Brom das Ei zu den Warden brachte, hatten alle größtes Interesse daran. Die Zwerge sorgten sich vor allem darum, wie man sicherstellen konnte, dass der zukünftige Drachenreiter ein Verbündeter war, obwohl auch einige dagegen waren, dass es überhaupt wieder einen Reiter geben sollte. Die Warden und Elfen hingegen waren eher aus persönlichen Gründen an der Sache interessiert. Der Grund dafür war einfach. In ihrer gesamten Historie waren die Drachenreiter immer entweder Elfen oder Menschen gewesen. In der Mehrzahl Elfen. Es hatte noch nie einen Reiter aus den Reihen der Zwerge gegeben. Nach dem schändlichen Verrat von Galbatorix behagte es den Elfen gar nicht, das Ei in der Obhut der Warden zu lassen, denn sie befürchteten, der Drache darin könne am Ende womöglich bei einem ähnlich unzulänglichen Menschen ausschlüpfen. Es war eine schwierige Situation, denn beide Seiten wollten den Reiter für sich haben. Die Zwerge verschärften die Lage noch, weil sie bei jeder Gelegenheit die Elfen und uns gegeneinander aufstachelten. Die Spannungen eskalierten und es wurden Drohungen ausgesprochen, die man später bereute. Das war der Zeitpunkt, als Brom einen Kompromiss zur Diskussion stellte, der es beiden Seiten erlaubte, das Gesicht zu wahren. Er schlug vor, dass die Warden und Elfen das Ei abwechselnd jeweils ein Jahr lang in ihre Obhut nehmen sollten. In beiden Lagern würden Kinder daran vorbeilaufen und die jeweiligen Hüter des Kleinods brauchten einfach nur abzuwarten, ob der Drache schlüpfte. Wenn nicht, sollten sie das Ei nach Ablauf der Jahresfrist der anderen Seite übergeben. Sollte der Drache jedoch schlüpfen, so würde man augenblicklich mit der Ausbildung des neuen Reiters beginnen. Im ersten Jahr sollte er oder sie hier bei uns unterwiesen werden, und zwar von Brom. Dann wollte man den Reiter zu den Elfen bringen, die seine Ausbildung vollenden würden. Die Elfen nahmen den Vorschlag widerwillig an, unter der Bedingung, dass sie den neuen Reiter ohne fremde Einmischung unterrichten durften, falls Brom starb, bevor der Drache ausschlüpfte. Damit wurde die Vereinbarung zu ihren Gunsten abgewandelt. Beide Seiten wussten, dass der Drache voraussichtlich einen Elf erwählen würde. Aber zumindest hatten wir dadurch den dringend nötigen Anschein von Gleichberechtigung erweckt. Arjihad machte eine Pause. Seine dunklen Augen waren ernst. Die Schatten, die ihm von unten ins Gesicht krochen, ließen die Wangenknochen hervortreten. Wir hofften, der neue Drachenreiter würde unsere Völker einander näher bringen. Wir warteten gut über eine Dekade, doch der Drache ist nie geschlüpft. Allmählich vergaßen wir die Sache und sprachen kaum noch darüber, allenfalls um über die Unfruchtbarkeit des Dracheneis zu lamentieren. Im letzten Jahr erlitten wir dann einen entsetzlichen Verlust. Aria und das Ei verschwanden auf dem Weg von Tronschheim zur Elfenstadt Osilon. Die Elfen entdeckten als erste ihr Verschwinden. Sie fanden Duvelden Warden und in der Nähe eine Horde toter Urgals. Aria und das Ei aber waren verschwunden. Als mich die Kunde erreichte, fürchtete ich sogleich, sie würde von den Urgals gefangen gehalten und die Ungeheuer würden alsbald erfahren, wo Fartendur und Elesmera die Hauptstadt der Elfen und Sitz der Elfen Königin Islan Sadi liegen. Jetzt weiß ich, dass die Urgals für das Imperium arbeiten, was noch viel schlimmer ist. Wie der Überfall im Einzelnen ablief, erfahren wir erst, wenn Aria erwacht, aber einiges kann ich mir nach deinem Bericht schon denken. Die Goldfäden in Adjihats Weste knisterten, als er sich mit den Ellbogen auf dem Schreibtisch abstützte. Der Überfall muss blitzschnell und urplötzlich erfolgt sein, sonst wäre Aria entkommen. Offenbar blieb ihr nichts anderes übrig, als das Ei noch im letzten Moment rasch an einen anderen Ort zu schicken. Sie besitzt magische Kräfte? fragte Aragon. Aria hatte ihm zwar erklärt, man hätte ihr eine Droge gegeben, die ihre Fähigkeiten unterdrückte, doch nun wollte er die Bestätigung haben, dass sie damit Magie gemeint hatte. Er fragte sich, ob der Gründe, weshalb sie ausgewählt wurde, das Ei zu bewachen. Wie auch immer, Aria hätte es nicht zu uns zurückschicken können, dazu war sie schon zu weit entfernt, und das Reich der Elfen wird von einer geheimnisvollen Barriere geschützt, die verhindert, dass irgendetwas auf magische Weise über seine Grenzen gelangt. In ihrer Verzweiflung muss ihr Brom eingefallen sein, sodass sie das Ei in Richtung Kavahal gesandt hat. Da sie keinerlei Zeit zur Vorbereitung hatte, überrascht es mich nicht, dass sie ihr Ziel um ein gutes Stück verfehlt hat. Die Zwillinge behaupten ohnehin, dass es eine unpräzise Kunst sei. Wieso war sie näher am Palankartal als bei den Warden? fragte Eragon irritiert. Wo leben die Elfen eigentlich? Wo liegt dieses Elesmera? Arji hat's prüfender Blick bohrte sich in Eragons Augen. Ich verrate dir das nicht leichtfertig, denn die Elfen hüten ihr Wissen mit Argwohn. Aber du solltest es erfahren, und ich tue dies als Beweis meines Vertrauens. Ihre Städte liegen hoch im Norden, in den entlegensten Winkeln des endlosen Waldes Du Welden Warden. Seit der Zeit der Drachenreiter ist den Elfen niemand, egal ob Zwerg oder Mensch, Freund genug gewesen, um in ihren belaubten Hallen wandeln zu dürfen. Ich wüsste nicht einmal, wo ich Alice Mäder finden sollte. Was Ocelon betrifft, davon ausgehend, wo Aria verschwand, nehme ich an, es liegt irgendwo am Westrand des Waldes in Richtung Kavahal. Du hast jetzt bestimmt noch viele andere Fragen, aber bitte warte damit, bis ich fertig bin. Er sammelte seine Gedanken und sprach dann in etwas schnellerem Tempo weiter. Als Aria verschwand, entzogen die Elfen den Waden ihre Unterstützung. Königin Island Zadi war ganz besonders erzürnt und verweigert seither jeden Kontakt mit uns. Das hatte zur Folge, dass, obwohl ich Broms Botschaft erhalten habe, die Elfen noch immer nichts von dir und Safira wissen. Ohne ihre Hilfslieferungen für meine Truppen mussten wir in den vergangenen Monaten im Kampf gegen das Imperium einige herbe Niederlagen einstecken. Nach Arias Rückkehr und deiner Ankunft erwarte ich, dass die Königin ihre feindselige Haltung ablegen wird. Der Umstand, dass du Aria gerettet hast, wird uns dabei sehr nützlich sein. Deine Ausbildung stellt allerdings für Elfen und Waden gleichermaßen ein Problem dar. Brom hatte offenbar noch Gelegenheit, dir das Wichtigste beizubringen, aber wir müssen genau wissen, wie gründlich er war. Deshalb wirst du dich einer Prüfung unterziehen, damit wir das Ausmaß deiner Fähigkeiten bestimmen können. Außerdem werden die Elfen erwarten, dass du deine Ausbildung bei ihnen beendest, obwohl ich nicht sicher bin, ob dafür noch genug Zeit ist. Warum sollte dafür keine Zeit sein? fragte Eragon. Aus mehreren Gründen. Der Wichtigste ist die Kunde, die du über die Ogals bringst, sagte Arjihad und sein Blick wanderte zu Saphira. Du musst dir bewusst machen, Eragon, dass sich die Warten in einer extrem heiklen Position befinden. Einerseits müssen wir den Wünschen der Elfen nachkommen, wenn wir sie als Verbündete behalten wollen. Andererseits dürfen ihn als Gäste in Tronsheim bleiben wollen. Sind die Zwerge denn keine Verbündeten der Warten? wunderte sich Eragon. Arjihad zögerte. In gewisser Weise schon. Sie erlauben uns hier zu leben und unterstützen unseren Kampf gegen Galbatorix, aber ergeben sind sie nur ihrem eigenen König. Ich habe keine Macht über sie, außer der die Chotka mir zugesteht. Und selbst er hat oft genug Ärger mit den Zwergen Clans. Die 13 Clans unterstehen zwar Chotka, aber auch ihre Oberhäupter besitzen große Macht. Sie bestimmen den neuen Zwergenkönig, wenn der Alte stirbt. Chotka ist unserer Sache wohlgesonnen, aber viele der Anführer nicht. Er kann es sich nicht leisten, sie unnötig zu verärgern, sonst verliert er die Unterstützung seines Volkes. Deswegen hat die Hilfe, die er uns gewährt, auch ihre Grenzen. Diese Clan-Oberhäupter, sagte Iragorn, sind die auch gegen mich? Mehr als alle anderen, fürchte ich, sagte der Warde verdrossen. Es herrschte lange Feindschaft zwischen Drachen und Zwergen. Bevor die Elfen kamen und sie befriedeten, haben sich die Drachen ständig über die Herden der Zwerge her gemacht und ihr Gold gestohlen. Und die Zwerge vergessen vergangene Missetaten nur langsam, wenn überhaupt. Genau genommen haben sie die Drachenreiter niemals richtig akzeptiert und ihnen sogar untersagt, in ihrem Königreich für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Galber Toriks Machtübernahme bestärkte sie nur in ihrer Überzeugung, dass sie nie wieder etwas mit Reitern oder Drachen zu tun haben wollten. Seine letzten Worte richtete er an Saphira. Warum weiß Galber Toriks eigentlich nicht, wo Fahrtendur und Elesmera liegen, fragte Aragorn. Er muss doch während seiner Ausbildung zum Drachenreiter von den Orten gehört haben. Von ihnen gehört, ja, aber wo sie liegen, hat man ihm nicht gezeigt. Es ist eine Sache zu wissen, dass Fahrtendur sich irgendwo in diesen Bergen befindet, aber es zu finden ist etwas ganz anderes. Galber Toriks hat keinen der beiden Orte gesehen, bevor sein Drache starb, und danach haben ihm die anderen natürlich nicht mehr getraut. Während seiner Rebellion hat er bei mehreren Reitern versucht, ihnen die Information unter der Folter zu entreißen, aber sie starben lieber, als es ihm zu verraten. Und was die Zwerge selbst anbelangt, nun, es ist ihm nie gelungen, einen von ihnen lebendig gefangen zu nehmen, auch wenn das wohl nur eine Frage der Zeit ist. Warum zieht er nicht einfach so lange mit einer Streitmacht quer durch Duwälden Warden, bis er Elesmera findet? fragte Eragon. Weil die Elfen noch mächtig genug sind, um sich ihm zu widersetzen, sagte Er wagt es nicht, seine Kräfte mit den ihren zu messen. Vorläufig. Aber seine verfluchten Zauberkünste werden mit jedem Jahr stärker. Hätte er einen weiteren Drachenreiter an seiner Seite, dann könnte ihn nichts mehr aufhalten. Er wartet verzweifelt darauf, dass aus einem seiner beiden Eier der Drache ausschlüpft. Aber bisher ist noch nichts geschehen. Eragon war verwirrt. Wie kommt es denn, dass er von Jahr zu Jahr stärker wird? Seine Körperkraft setzt seinen Fähigkeiten doch bestimmte Grenzen. Sie können sich doch nicht ewig weiter entwickeln. Wir wissen nicht, wie er es anstellt, sagte Arji hart achselzuckend, und die Elfen auch nicht. Wir können nur hoffen, dass ihn eines Tages einer seiner eigenen Zauber zerstört. Er griff in seine Weste und zog ein Eragon beugte sich vor und betrachtete das Schriftstück. Darauf stand ein merkwürdig verschnörkelter, mit schwarzer Tinte geschriebener Text in einer ihm unbekannten Sprache. Weite Teile waren unleserlich, weil Blut darauf gespritzt war. Am Rand war das Pergament verkohlt. Er schüttelte den Kopf. Nein, weiß ich nicht. Man hat es dem Anführer der Urgals abgenommen, die wir vergangene Nacht vernichtet haben. Es hat uns zwölf Männer gekostet. Sie haben sich geopfert, um dir zur Flucht zu verhelfen. Die Verschlüsselung ist eine Erfindung des Königs. Er benutzt sie, um sich mit seinen Schergen zu verständigen. Es hat eine Weile gedauert, aber es gelang mir, sie zu übersetzen, zumindest dort, wo man etwas erkennt. Der Text beginnt unvollständig. Der Torwächter in Itrösada soll dem Überbringer dieses Schriftstückes und seinem Gefolge Einlass gewähren. Man möge sie zu den anderen ihrer Art bringen und – jetzt fehlt wieder etwas – aber nur, wenn die beiden Gruppen davon absehen, gegeneinander zu kämpfen. Befehlsgewalt haben Tarok, Gash, Dorsa und Uschnak, der Mächtige. Uschnak ist Galbertorix. Es bedeutet Vater in der Urgal-Sprache. Es gefällt ihm, so genannt zu werden. Jetzt geht es weiter. Findet etwas Passendes für sie und – es fehlt etwas – die Fußsoldaten und die – das kann ich nicht erkennen – bleiben voneinander getrennt. Die Waffen werden erst ausgegeben, wenn Marschbefehl erfolgt. Danach ist außer einigen wenigen unklaren Worten nichts mehr zu lesen, sagte Adjihad. Wo ist dieses Idrö Sada? Ich habe noch nie davon gehört. Ich auch nicht, gestand Adjihad, und deswegen vermute ich, Galbertorix aus Geheimhaltungsgründen einen bereits existierenden Ort umbenannt hat. Nachdem ich diese entschlüsselt hatte, fragte ich entdeckt haben und wohin sie ursprünglich wollten. In dem Schriftstück ist von anderen ihrer Art die Rede. Daher nehme ich an, dass an ihrem Zielort weitere Ogarlhorden warten. Es gibt nur einen Grund, weshalb der König eine solche Streitmacht zusammenzieht. Er stellt eine gemischte Armee aus Menschen und Ungeheuern zusammen, um uns zu vernichten. Im Augenblick können wir nichts tun, außer abzuwarten und die Augen offen zu halten. Ohne weitere Informationen können wir dieses Idrösada nicht finden. Trotzdem, Fartendur wurde noch nicht entdeckt, also besteht Hoffnung. Die einzigen Urgals, die den Weg hierher kannten, sind gestern Nacht umgekommen. Woher wusstet ihr eigentlich, dass wir kommen? fragte Iragorn. Einer der Zwillinge hat uns erwartet und die Kulgeriten in einen wohldurchdachten Hinterhalt. Er spürte, dass Saphira aufmerksam zuhörte. Sie behielt ihre Meinung für sich, doch er wusste genau, dass sie ihm später einiges zu sagen haben würde. Wir haben am Taleingang Speer postiert, auf beiden Seiten des Bärenzahnflusses. Sie schickten eine Taube los, um uns zu warnen, erklärte Adjihad. Eragorn fragte sich, ob das wohl der Vogel war, den Saphira gejagt hatte. Wurde Brom davon unterrichtet, als das Ei und Aria verschwanden? Er sagte, er hätte nichts von den Warden gehört. Wir haben versucht, ihn zu warnen, sagte Adjihad. Aber ich nehme an, unsere Männer wurden von den königlichen Schergen abgefangen und umgebracht. Warum hätten die Razak sonst in Kavahal auftauchen sollen? Danach war Brom mit dir unterwegs und wir konnten ihn unmöglich zu kommen ließ. Es überrascht mich nicht, dass er Jord aufgesucht hatte. Schließlich waren sie alte Freunde und für Jord war es leicht, uns eine Botschaft zu schicken, weil er regelmäßig durch Sorda Vorräte zu uns schmuggelt. All das wirft ernste Fragen auf. Woher wusste das Imperium, wo der Überfall auf Aria gelingen konnte? Woher wussten sie von unseren Booten nach Carvahal? Woher weiß Galbert Horix, welche Händler den Warden helfen? Jord wurde vollständig in den Ruin getrieben, seit du ihn verlassen hast, genau wie die anderen Händler, die uns unterstützen. Jedes Mal, wenn eins ihrer Schiffe in See sticht, verschwindet es anschließend. Die Zwerge können uns nicht mit allem versorgen, was wir benötigen. Daher sind die Warden auf Hilfe von rein, trotz unserer Bemühungen, den Geist der Leute zu überprüfen. Eragon versank tief in Gedanken über das, was er soeben erfahren hatte. Arjihad wartete geduldig ab, was er dazu zu sagen hätte, ohne sich von der Stille irritieren zu lassen. Zum ersten Mal, seit er mit Saphiras Ei in Berührung gekommen war, hatte Eragon das Gefühl zu begreifen, was um ihn herum vorging. Endlich wusste er, wo das Ei herkam und welche Zukunft ihm selbst möglicherweise beschieden war. Was wollt ihr von mir? fragte er. Wie meinst du das? Ich meine, was erwartet man in Tronschheim von mir? Ihr und die Elfen habt irgendwelche Pläne mit mir, aber was ist, wenn mir diese Pläne nicht gefallen? Ein harter Unterton schlich sich in seiner Stimme ein. Ich kämpfe, wenn es nötig ist. Ich feiere, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich trauere, wenn etwas zu betrauern ist. Und ich sterbe, wenn meine Stunde schlägt. Aber ich lasse mich von niemandem gegen meinen Willen benutzen. Er machte eine Pause, damit seine Worte wirken konnten. In früheren Zeiten waren die Drachenreiter Hüter der Gerechtigkeit, die jenseits der weltlichen eine solche Aufsicht hinnehmen würden, die ihnen neu und fremdartig erscheinen würde, besonders wenn sie von jemandem ausgeübt wird, der so jung ist wie ich. Aber ich besitze nun einmal bestimmte Fähigkeiten und werde sie einsetzen, wann immer es mir richtig erscheint. Was ich wissen möchte, ist, welche Pläne ihr mit mir hegt. Dann werde ich entscheiden, ob ich damit einverstanden bin oder jetzt vor einem anderen Anführer stehen, dann müsstest du diese dreiste Rede vermutlich mit dem Leben bezahlen. Wie kommst du auf die Idee, ich würde dir meine Pläne verraten, nur weil du es verlangst? Eragon errötete, schlug aber nicht die Augen nieder. Trotzdem, du hast recht. Deine Position verschafft dir das Privileg, solche Dinge auszusprechen. Du kannst den politischen Aspekten deiner Situation nicht entfliehen. Man wird dich in der einen oder anderen Richtung beeinflussen. Aber keine Sorge, ich möchte genauso wenig wie du, dass dich irgendjemand vor seinen Karren spannt. Du musst dir deine Freiheit bewahren, denn in ihr liegt deine wahre Macht, die Möglichkeit unabhängig von irgendwelchen Anführern oder Königen Entscheidungen treffen zu können. Meine eigene Autorität über dich ist sehr beschränkt, aber ich finde, das ist gut so. Die Schwierigkeit liegt vielmehr darin, zu gewährleisten, dass die Machthaber dich in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Außerdem haben die Leute bestimmte Erwartungen an dich, ob du es willst oder nicht. Sie werden mit ihren Problemen ganz gleich wie geringfügig sie sein mögen zu dir kommen und fordern, dass du sie löst. Arjihad beugte sich in denen die Zukunft eines Menschen in deinen Händen liegt. Mit einem einzigen Wort kannst du sie selig machen oder ins Unglück stürzen. Junge Frauen werden dich um Rat fragen, wen sie heiraten sollen. Viele werden sich dich zum Gatten wünschen und alte Männer werden von dir wissen wollen, welches ihrer Kinder einmal ihr Erbe antreten soll. Du musst immer freundlich und weise sein, denn die Menschen setzen ihr Vertrauen in dich. Rede niemals flegelhaft oder unüberlegt daher, denn die Wirkung deiner Worte ist viel weitreichender, als du es dir vorstellen kannst. Arjihad lehnte sich zurück, die Lieder halb gesenkt. Das Belastende und Schwierige an einer Führerschaft ist, dass man die Verantwortung für das Wohlergehen der Menschen trägt, für die man sein Amt ausübt. Ich mache mir das seit dem Tage, als mich die Warden zu ihrem Anführer wählten, stets bewusst, und dasselbe musst du jetzt auch tun. Sei bedacht sam. Ich toleriere keine Ungerechtigkeit unter meiner Herrschaft. Mach dir keine Gedanken wegen deiner Jugend und Unerfahrenheit. Beides wird schnell genug vergehen.